Oi oi oi, Spieltagsrückblick. Wir haben viele interessante Spiele, über die ich gerne reden möchte. Bei ein paar davon verkneife ich es mir, damit das Video nicht zu lang wird. Generell, wenn ich über manche Spiele nicht rede, zum Beispiel das von eurem Lieblingsteam. Abonniert einfach, oder wenn ihr schon abonniert habt, alles cool. Morgen kommt ein Power Ranking, da rede ich über jedes einzelne Team. Ansonsten gehen wir gleich mal rein in die einzelnen Spiele. Vorher natürlich, wie jede Woche, eure Spieler der Woche am besten in die Kommentare. Es wurde sich gewünscht, dass ich die Spieler der Woche früher auflöse. Und zwar schon im Newsflash am besten oder in der Spieltagsvorschau für die nächste Woche. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Letzte Woche dieser Kommentar hier gewonnen. Baker Mayfield, Aaron Rodgers, Josh Herbert, Leonard Williams, Kenneth Murray und Justin Jefferson. Verfahrt auch weiter nach dem Muster, das heißt offensiv, defensiv, je einen aus NFC und AFC. Und dann zusätzlich noch einen Rookie aus der AFC, einen Rookie aus der NFC. Da ist mir egal, ob offensiv oder defensiv. Kommentar mit den meisten Likes, gewinnt am Ende. So wie letzte Woche Jack's Nation Austria. Mit 110 Likes. Mit meinen Tipps, die Woche bin ich 10,6. Ärgerlich, denn damit bin ich halt wieder, selbst wenn es nur ein kleines Stück ist, ein bisschen weiter weg von dem Mehrheitsdoppelt so viel richtig wie falsch haben. Insgesamt bin ich damit nämlich bei 133,75. Wird auch beinahe schon schwer, das noch hinzukriegen am Ende. Denn da müsste ich jetzt die letzten Wochen halt immer mindestens 11,5 sein. Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Dann wäre ich am Ende bei 166 und 90. Oh je, das reicht deutlich nicht. Es sei denn, ich habe mich gerade verrechnet. Aber ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet. Okay, dann brauche ich also mindestens nochmal eine 13,3. Oh je, das wird schwer. Okay, wir fangen an mit dem ersten Spiel. Chiefs gegen Dolphins. Ich habe gesagt, es wird ein deutliches Spiel für die Chiefs. Es sei denn, die Dolphins kriegen mindestens zwei Turnover, beziehungsweise sind mindestens zwei vor, was Turnover angeht. Am Ende des Tages waren die Dolphins sogar drei vor. Vier zu einen Turnover. Es sei denn, ich habe da gerade irgendwas übersehen oder sowas. Interessant, wenn Patrick Mahomes auf einmal anderthalb Mal die Interceptions wirft, die er vorher hatte in der Saison. Generell drei Interceptions hat, am Ende immer noch fast ein dreistelliges Quarterback-Rating. Einfach weil sehr viele Yards. Average per Attempt war, glaube ich, sogar fast zwölf oder sowas. Also crazy weit. Logischerweise, dass das ganze Downfield-Passing-Game von den Chiefs funktioniert. Das war kein besonders gutes Spiel von den Chiefs. Offensive-Running-Game war nicht wirklich richtig drin. Die beiden, also insgesamt hast du, ich glaube, zwei für 21 oder sowas für Le'Veon Bell. Aber Clyde Edwards, die leer war überhaupt nicht drin. Der hatte zwei pro Lauf mit den meisten Attempts im Team. Mahomes ist ein bisschen gescrabbelt. Das war natürlich praktisch. Travis Kersi hatte wieder ein Monsterspiel. Aber auf der anderen Seite, die Defense der Dolphins hat da echt einen guten Job gemacht. Klingt am Ende dumm, wenn man 33 Punkte zulässt. Aber die Offense der Dolphins ist halt echt enttäuschend. Und so, ich habe gesagt, mit den zwei Turnovers müsste das Team eigentlich dazu in der Lage sein, zu gewinnen. Sie waren halt auch im Spiel drin, sind am Ende nochmal rangekommen so. Aber das ist nicht genug, was ich auch von Tua sehe, muss ich sagen. Klar, wenn man sich da die Waffen anguckt, dann sieht man auch, abgesehen von Mike Gesicki, der krank ist, ist es jetzt offensiv nicht unbedingt das explosivste Team so. Da sind ein paar Underground-Spieler, die nicht so viel Beachtung schenken, die ganz gut sind. So wie der Gangster zum Beispiel, Joachim Grant. Aber ansonsten fehlt da einfach ein bisschen was. Savion Howard macht nach wie vor einen starken Job. Die Defense steht. Aber da wird im Draft vermutlich offensiv einiges passieren. Und nächstes Jahr muss man die Dolphins dann direkt noch einen Ticken ernster nehmen. Das wird geil. Cardinals gewinnen 26 zu 7 gegen die Giants. Die Giants-Offense ist richtig tot. Die Line hat wieder überhaupt nicht funktioniert. Bei den Cardinals war ja ansonsten eine Schwachstelle, dass man immer gesagt hat, oh, der Pass-Rush, seit Chandler Jones raus ist, funktioniert gar nicht. Zack, hauen die 8 Sacks raus auf einmal. Andrew Thomas hat gefühlt nicht mitgespielt. Auf einmal hat Hassan Reddick 5 Sacks im Spiel. Und keiner weiß, wie das passieren konnte. Also das war wirklich maximal schlecht. Daniel Jones war nicht gut. Die Receiver waren nicht gut. Das Running Game hatte keine Chance, weil die Line nicht gut war. Evan Ingram war da, aber jetzt halt auch nicht wirklich mehr. Aber er hat auch nicht so großartig die Chance gekriegt. Also Offensiv war das viel zu wenig. Und ich bleib dabei. Wer das Spiel gesehen hat, auch gerade Cardinals-Fans, ihr könnt mich gerne bestätigen oder mir widersprechen, wie ihr wollt. Aber die Giants-Defense ist echt gut. Die hat auch in dem Spiel wieder gut gespielt. Aber wenn du dann halt zwei Turnover kassierst, die dich direkt mit dem Rücken an die Wand bringen in deine eigene Redzone, und wenn die Offense wirklich 3-and-out, noch 3-and-out, noch 3-and-out hat, wirklich das Gefühl, gar keine Possession-Time, dass du überhaupt nicht dich mal ein bisschen entspannen und ausruhen kannst und regenerieren auf der Bank, dann hast du keine Chance in so einem Spiel. Und dafür sind 26 Punkte echt noch ordentlich. Also das Spiel hat mit riesigem Abstand die Offense der Giants verloren. Das war traurig. Also würde ich das auch nicht als absoluten Maßstab benutzen für Cardinals-Fans. Es ist ein wichtiger Sieg. Das nimmt euch keiner weg Richtung Playoffs. Aber versucht jetzt nicht zu hoch zu kommen mit eurem Hype. Vikings-Buccaneers, interessantes Spiel, weil die Buccaneers offensiv gar nicht so krank waren. Leading Passer, Leading Receiver, Leading Rusher, alle Vikings zum Beispiel. Und trotzdem verlieren sie am Ende mit nur 14 Punkten. Woran kann das unter anderem liegen? Kommen wir gleich auf einen dicken Grund zu sprechen natürlich. Aber die Defense hat mir gefallen, ähnlich wie bei den Giants, gerade bei den Vikings. Die Offense war gut. Kirk Cousins hat sogar mal nicht wirklich schlecht gespielt. Ich weiß, dass er statistisch gesehen häufiger nicht so schlechte Spiele hat. Aber von den Würfen, von den Entscheidungen war er nicht so schlecht. Da waren wieder ein paar klassische Kirk Cousins in dem Boden Pfefferdinger dabei. Aber insgesamt war er nicht so schlecht, wie jetzt die Stats es aussehen lassen. Normalerweise bin ich immer auf der Seite, die sagt, ey, die Stats sehen ganz gut aus. Aber so gut war er eigentlich gar nicht. Dieses Maß ist es interessanterweise genau andersrum. Auch wenn Devin Cook am Ende über 100 Yards ist, glaube ich, die Buccaneers hat einen ganz guten Plan für den. Denn wenn du jemanden von dem Star-Kaliber wie Devin Cook, sage ich mal, bei 22 Rushes auf knapp über 100 Yards hältst, dann ist es ein bisschen über 4 pro Lauf und das ist akzeptabel, sage ich mal. Gerade wenn man die Big Plays quasi ein bisschen einschränken kann. So, jetzt der eine große Grund. Bailey, Kicker, Vikings. Vier Chancen gehabt. Ich glaube, drei Fieldcours, einen Extrapunkt. Alle verhauen. Ein verhältnismäßig weites Fieldcours war über 50 Yards, aber immer noch unter 60, logischerweise. Und ansonsten zwei unter 50. Ich glaube, eins zwischen 30, 40, eins sogar unter 30. Also zwei wirklich Pflichtdinger verhauen. Und ich bin ja eigentlich auch immer der Meinung, dass ich sage, wenn keine krassen Windbedingungen sind, dann muss ein Kicker in der NFL Fieldcours unter 50 Yards reinmachen. Deswegen, das ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn man alleine da die Punkte rechnet, die einem fehlen, sagen wir mal, den Extrapunkt können wir theoretisch direkt weglassen, weil sie dafür eine Two-Point-Conversion gespielt haben, die sie ansonsten höchstwahrscheinlich nicht genommen hätten, dann sagen wir mal, das sind einfach neun Punkte, die dir fehlen. Rechne neun Punkte drauf bis bei 23. Dann läuft das ganze Ende vom Spiel anders, weil du knapper drin bist noch. Das ist einfach wirklich was, was nicht passieren kann. Gerade im Playoff-Rennen jetzt, sowas kann einem das Genick brechen. Er brecht ein extrem wichtiger Sieg für die Buccaneers. Ich muss auch sagen, ein paar Referee-Sachen haben mir hier nicht unbedingt gefallen. Der Pick in der Endzone, ich weiß nicht, ob ich da Pass-and-Afférence gegeben hätte gegen Vikings, wo Mike Evans fällt, denn das sieht schon aus, als würde er sehr einfach fallen. Ich glaube, Mike Evans ist niemand, der wirklich absichtlich hinfällt, so schwalbemäßig. Ich glaube, der ist weggerutscht, was auch immer. Aber ich habe da nicht genug gesehen für eine Pass-and-Afférence. Ist jetzt kein glasklarer Call, aber ist ärgerlich auf jeden Fall. Weil ich habe auch noch, ich glaube, einer von euch hat mir auf Instagram so ein Video geschickt von wegen, oh, das waren die Refs, das waren die Refs, das waren die Refs. Die Pass-and-Afférence bei der Hail Mary, die muss man geben. Das ist einfach hirnrissig. Und das Argument dabei war, oh, seit so und so vielen Jahren gab es keinen Defensive Pass-and-Afférence bei der Hail Mary. Das liegt einfach daran, dass die Liga nicht gerne bei Hail Marys Defensive Pass-and-Afférence ist called, weil das Gefühl zu einfach ist. Aber wenn du dich so dumm anstellst, dann ist es halt einfach Pass-and-Afférence. Und da kann man nicht argumentieren mit so und so lange kamen keine mehr. Es ist Pass-and-Afférence. Das war dämlich. Es tut weh, aber es war dämlich. Da könnt ihr euch nur bei der eigenen Defense beschweren. Also da kann man nichts gegen die Refs sagen. Insgesamt, ich denke, es sind mehr Calls in Richtung Buccaneers gegangen, als hätten müssen. Es sind definitiv mehr Calls Richtung Buccaneers, als Richtung Vikings gegangen. Aber, ja, Bailey. Beschwert euch bei Bailey. Wo wir gerade bei Referee-Sachen sind. Kurzes Wort zu Packers-Lions. Das Ding ist, ich bin nicht so verhärgert darüber, dass wir verloren haben. Ich bin generell ja momentan dafür, dass wir Spiele verlieren, damit wir im Draft besser dastehen und sowas. Weil ich schon damit abgeschlossen habe, in die Playoffs zu kommen. Das funktioniert nicht mit dem Roster. Dafür ist der nicht gut genug. Gerade mit den Verletzungen, die wir jetzt haben. Ich glaube, selbst auch eine Verletzung wäre es schon ein Push. Aber gegen Packers gewinnen könnte man immer mitnehmen. Deswegen, als es dann knapp war, gegen Ende des Spiels oder zur Hälfte, habe ich auch schon gedacht, ich glaube immer noch nicht, dass wir in die Playoffs kommen würden. Aber ich wäre nicht sauer über einen Sieg heute. So, das ist mein Mindset. Also, es ärgert mich nicht sonderlich, dass wir verloren haben. Aber es hätte mich auch nicht geärgert, wenn wir gewonnen hätten. Ist ein bisschen merkwürdig, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. That being said, das ist wieder ein schlechtes Spiel für die Packers. Und ich kann akzeptieren, das ist ein Spiel, wo ich es wirklich mal annehmen kann, dass die Packers einfach die Lions unterschätzt haben, gesagt haben, ein schlechtes Team gewinnen wir auch so, dass sie nicht ganz auf Push waren. Ich glaube, wenn die komplett mit Spannung spielen, wenn es ein Playoff-Match-Up gewesen wäre, wäre es deutlich deutlicher gewesen. Aber war es nicht. Die Packers waren schlecht in dem Spiel. Nur mal ganz kurz. Wir sind uns alle einig, dass die Lions keinen besonders guten Roster haben. Dann kann ich euch nochmal kurz dazu sagen, wer gefehlt hat. Cornerbacks Nummer 1 und 3 oder 2 und 3, je nachdem, wo ihr Coleman einsortiert. Auf jeden Fall Desmond Trufant und Jeff Okuda. Beide nicht da. Dann noch zusätzlich im Spiel Cornerbacks verletzt. Du hast teilweise Daryl Roberts oder Michael Ford auf Savante Adams gehabt. Das kann halt echt nicht sein. Das ist traurig. So, die beiden sind raus. Everson Griffin ist raus. Trey Flowers ist raus. Damit sind unsere beiden Starting Defensive Ends nicht drin. Kenny Golladay ist nicht da. Unser vermutlich bester offensiver Spieler zusammen mit Stafford logischerweise und Hawkinson. Nicht da gewesen. Swift angeschlagen auf dem Snap-Count. Und nächste Sache, unser Right Tackle ist die dritte Option auf Right Tackle. Der hat bis vorletzte Saison, glaube ich, noch Defensive End gespielt. Das sind alles so Sachen, dass eh schon schlechte Lions-Team mit diesen komplett wirklich wichtigen Ausfällen, die musst du eigentlich wegklatschen als Packers. Weil die Packers so viel besser sind einfach vom Roster her. Und das kann nicht passieren. Nächste Sache, Referee-Entscheidung. Ich hätte besser aufpassen müssen vor ein paar Jahren, als Packers zwei, glaube ich, hintereinander schlechte Jahre hatten. Wo Aaron Rodgers auch Verletzungsprobleme hatte und so weiter. Ich weiß leider nicht mehr, ob die Packers in den Jahren auch für meine Verhältnisse viele Calls gekriegt haben. Denn es kann entweder daran liegen, dass die Packers einfach, weil sie die Packers sind, von wegen Traditions-Franchise, viele Calls kriegen. Oder es kann daran liegen, dass sie viele Calls kriegen, weil sie ein gutes Team sind und weil sie Aaron Rodgers haben. So, wenn das wäre, das wäre noch fairer, finde ich. Weil es ist immer so, dass gute Teams ein bisschen mehr Calls kriegen. Das siehst du bei den Saints auch. Das siehst du bei den Chiefs zum Beispiel. Das ist immer so. Das ist normal. So, aber gestern. Wir fangen an mit einer Personal Affiliance bei einer Hail Mary. Du kannst niemandem einen Box-Out geben. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das war vor der Hälfte. Wo Quintess Cephas versucht durchzurennen und der Defender, ich weiß leider nicht, wer es war von den Packers, der rennt so vor ihm her und lässt ihn quasi nicht durch. Das kannst du nicht machen. Im Basketball wäre es cool und alles. Aber das ist halt einfach Personal Affiliance. Und da kommen wir wieder drauf, dass Referees ungerne Defensive Personal Affiliance Flaggen werfen bei Hail Mary. Verstehe ich, aber geht nicht. Marvin Jones Jr., der Catch war ein Catch. Aber da muss ich auch fairerweise sagen, nach den ersten zwei, drei Wiederholungen habe ich gesagt, ah, das ist vermutlich kein Catch. Das musst du so lassen, wie du es auf dem Feld callst. Dass man es dann auf dem Feld direkt wieder für die Packers callt, ist die andere Sache. Aber im Nachhinein sage ich auch, das ist ein Pflichtcatch. Aber wie gesagt, in dem Moment habe ich das auch nicht so gesehen. Dann am Ende natürlich der Recover-to-Onside-Kick, wo man in keiner Kameraperspektive sieht, okay, war der Ball im Aus, war sein Fuß im Aus? Du siehst es nicht. Du siehst weder, dass der Ball drin ist, noch du siehst, dass der Ball draußen ist. Wieder wird auf dem Feld das gecallt, was den Packers quasi hilft. Sowas ärgert mich immer ein bisschen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein krasses Spiel, dass ich sagen kann, mit besseren Refs hätten wir gewonnen. Denn eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hatten wir in dem Spiel überhaupt kein Business, auch nur mitzuhängen bis zum Ende. Stafford-Verletzung tut maximal weh. Bitte lasst ihn einfach draußen, die letzten drei Spiele. Ich will nicht, dass der Typ sich umbringt für dieses Schrott-Team. Saints-Eagles, extrem interessant. Die krasseste Statistik, oder generell krasseste, was aus dem Spiel hervorgegangen ist für mich, ist, dass die Saints, das war ja immer so diese Story für die Saints-Defense, die haben seit zwei Jahren, oder seit über zwei Jahren, glaube ich, einfach keinen 100-Yard-Rusher erlaubt. Und gestern zwei. Running Back und Quarterback. Miles Sanders und dann natürlich Jalen Hurts. Beide über 100 gewesen. Das ist ganz, ganz crazy. Denn theoretisch, wenn man mal ehrlich ist, du erwartest ja nicht, okay, Jalen Hurts, erster Karrierestart, der wird jetzt hier komplett Air Raid spielen. Also, wisst ihr, wenn man eine Sache zumacht, gegen eine Eagles-Offense mit Jalen Hurts, dann ist es doch der Lauf, oder nicht? Also, da ist irgendwas nicht wirklich gut gelaufen, sage ich mal ehrlich. Taysom Hill wieder mit zwei Turnovern am Ende. Quarterback-Rating sieht ganz gut aus, der hat auch noch Yards, aber da waren auch ein paar wirklich weit offene Dinge. Da war auch noch ein, zwei, ne, ich glaube, ich habe nur eins im Kopf, ein Touchdown, der weit offen ist, den er überwirft. Das ist ärgerlich. Also, ich bleibe dabei, Taysom Hill ist es nicht. So, die Turnover sind es halt auch nicht auf Dauer. Gut, die Turnover sind jetzt nicht unbedingt ein Argument, wo man dann sagen kann, bringt James Winston rein, der macht nie Turnover. Aber ich denke trotzdem, dass James Winston mehr Erfolg hätte mit der Saints-Offense. Das ist mein Ding. Man darf nicht unterschätzen, wie gut die Eagles-Defense ist. Man darf nicht unterschätzen, wie sehr frischer Wind nochmal Leute motiviert. Denn ich würde sagen, das ganze Team hat gestern besser gespielt, als mit Carson Wentz. Aber Jalen Hurts war auch besser als Carson Wentz. Ich weiß nicht, ob das eine Talentfrage ist. Ich würde beinahe denken, nein. Aber Jalen Hurts spielt viel entspannter. In der Pocket. Die Saints sind eine richtig gute Defense. Und da war trotzdem nicht viel Quarterback-Pressure los gestern oder sowas. Weil Jalen Hurts einfach nicht seine ersten zwei Reads sieht, dass sie zu sind. Und dann anfängt, wie ein Huhn ohne Kopf, in der Pocket rumzulaufen, wie Carson Wentz das macht. Deswegen. Am Ende, wie gesagt, starke Rushing-Performance. Sogar eine gute Passing-Performance gegen eine starke Defense. Mit nicht den besten Waffen. Also das war vielversprechend. Die Cowboys gewinnen. Football-Team gewinnt. Da reden wir gleich noch drüber. Und die Giants verlieren. Und die Eagles gewinnen. Also die Division ist wieder ganz, ganz weit offen. Washington-Football-Team gewinnt. Ich möchte hier nochmal kurz mir selber auf die Schulter klopfen, dafür, dass ich Branda Juk cool fand im Draft. Oder was heißt cool fand. Aber doch das auch. Aber gesagt habe, dass er ein besserer Receiver wird, als die meisten von euch denken. Nick Mullins ist schlecht. Das hilft nichts. Stafford zu den 49ers nächstes Jahr. Komm, Stafford zu 49ers oder Colts, das sind beides Gerüchte, die immer mehr Fahrt kriegen. Ich hoffe das so sehr für ihn. Für Detroit ist natürlich tot, dann sind wir komplett im Eimer. Ist mir so egal. Stafford braucht seinen Ring. Er verdient den, Alter. Niemand hat den mehr verdient als er. Kann mir niemandem was erzählen, Alter. Aber ja, natürlich ärgerlich, dass sich dann Alex Smith verletzt hat. So, Dwayne Haskins hat dann auch wieder auf und ab gehabt. So typische Dwayne Haskins Sachen. Also der sah nicht anders aus, als er noch Starter war. Aber die Defense von Washington ist still und heimlich. Das ist ja das, was ich die letzten Wochen immer schon zusammen mit New York gesagt habe, mit den Giants. Ganz, ganz, ganz weit nach oben gegangen. Der Passrush natürlich crazy. Chase Young hatte ein unglaubliches Spiel. Also das Spiel hat die Defense gewonnen, natürlich auch noch mit dem Pick 6 im dritten Viertel, glaube ich. Ende drittes Viertel. Der hat es dann halt entschieden. Cameron Kerr saved die Rookie oder Second year. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Washington Fans, lasst mich das wissen. Aber ja, Defense hat das Spiel entschieden. Easy. So, Steelers Bills. Starkes Spiel von Stefan Diggs. Generell die Offense von den Bills macht richtig Sachen. Offensive Coordinator natürlich. Josh Allen hat sich deutlich verbessert. Stefan Diggs schadet nicht. So Undercover-Leute wie ein paar von den restlichen Receivern. Ah, jetzt habe ich wieder meinen Namen, Befindungs-Dingsbums. Der blonde Dude. Ah, Blond Klein. Dieser Rapper, der aber aussieht wie so ein komischer Engelshaar-Typ. Ah, ihr wisst ja nicht mehr. Der ist egal. Der auf jeden Fall deutlich unterschätzt. Und die Steelers waren offensiv nicht so drin. Deontay Johnson übrigens Steelers-Fans. Ich bin mir sicher, ihr seid unglaublich sauer auf den. Aber wartet, chillt. Gebt dem Zeit. Der hat ein unglaubliches Talent, dieser Typ. Und der kommt wieder raus. Das ist eine Phase bei dem. Der hat im College keine Drop-Probleme gehabt oder sowas. Das ist eine Phase. Anders als bei Butterfinger Ebron, bei dem das schon immer so ist. Das ist eine Phase bei Deontay Johnson. Der kommt da wieder raus. Juju hat wieder getanzt auf dem Logo vorher. Wie wäre es mit weniger Logo tanzen und mit einem 100-Yard-Game dieses Jahr? Also, ich verstehe auch echt nicht. Also als Steelers-Fan bin ich mir sicher, ist man da schon sauer inzwischen drauf oder hat einfach den Hals voll davon. Aber ich verstehe nicht, wie ein Hayward zum Beispiel oder ein Pouncey oder selbst ein Ben. Ich verstehe nicht, wie die da nichts gegen sagen können. Von wegen, Jungs, wir haben gegen das Football-Team verloren gerade. Wir haben gegen die Bills verloren. Unsere Offense ist das ganze Jahr schon nicht wirklich gut. Vielleicht könnt ihr mal, also, vielleicht habe ich da auch eine sehr alte Sichtweise drauf, weil theoretisch hat es ja nichts mit Football zu tun. Der kann ja vorher und nachher machen, was er will. Aber wenn es dann wirklich darum geht, sich auf das Logo zu stellen und zu tanzen, was halt schon arg disrespectful ist, was dann eventuell erstmal noch das gegnerische Team motiviert, was Poya zum Beispiel gesagt hat, Safety von den Bills danach. Wir haben das gesehen und wir fanden das nicht so cool. Das hat nochmal ein bisschen extra Motivation gegeben, was dumm ist, dem Gegner extra Motivation zu geben. Und zweitens kann man sich halt auch wirklich meiner Meinung nach nur leisten, disrespectful zu sein, wenn man absoluter Superstar ist. Und wenn du halt das ganze Jahr spielst und du bist in jedem Spiel sozusagen die Passing-Option Nummer 1 mit teilweise 14 Targets in einem Spiel, ich glaube, das war gegen die, gegen wen war das, Alter? Keiner fragt mich nicht. Und du schaffst es nicht, ein über 100-Jahr-Spiel hinzulegen, dann bist du kein Superstar. Und dann kannst du auch nicht, naja, egal. Das hat alles nicht wirklich was mit Football zu tun, aber das ist ein bisschen mein Frust mit der Sache, warum ich jetzt auch aktiv gegen die Steelers bin, weil ich einfach möchte, dass die verlieren. Wegen so einem Quatsch, obwohl ich an sich viele oder mehrere Spieler sympathisch finde bei den Steelers. Unter anderem Washington zum Beispiel oder Deontay Johnson halt so, ne? Connor kann man auch nicht wirklich unsympathisch finden. Aber das ist Schrott. Bills Train bin ich ja aufgesprungen jetzt die letzten drei, vier Wochen. Ich bleib drauf. Der Bills Train rollt. Bills sind vielleicht das zweitbeste Team in der AFC. Das könnte sehr, sehr spannend werden Richtung Playoffs. Okay, gut. Langer Spieltagsrückblick heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, aufzunehmen auf jeden Fall. Auch wenn ich ein bisschen ins Labern gekommen bin bei dem einen oder anderen Spiel, wie bei den Lions-Spielen halt zum Beispiel immer. Sorry dafür. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch mich freuen, falls ihr den Like da lasst, denkt dran, eure Spieler der Woche und so in die Kommentare zu packen. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, nachher kommt ein College-Video zum Beispiel, dann abonniert einfach. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 1. 2. 2. 3. 2. 1. 3. 2.